Es war ja unter anderem das Match gegen Dieter Leide im letzten Jahr und jetzt kommt hier Josh Payne, The Maximum. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Auch Josh Payne ist zum dritten Mal bei der WM mit dabei. Er ist bei seinen beiden ersten Auftritten 2017, 2019 in der zweiten Runde rausgegangen. Und wir sind gespannt, was er uns heute zeigt.